Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Let's Play Minecraft. Wir waren hier stehen geblieben in dieser Höhle mit einem vollen Inventar, aber ich glaube die Höhle ist sowieso nicht so groß, genau ist sie nicht. Ja, der letzten Folge am Ende hatte ich schon angeschnitten. Ein Thema, was ich anschneiden könnte, beziehungsweise ich habe es schon... Ne, ich habe es leicht angeteasert, leicht angekündigt. Ja, okay, die Höhle ist tatsächlich auch nicht so groß, also... Oder geht es hier noch großartig rein? Ich glaube nicht, ne. Obwohl, hier? Ne, ne, hier kamen wir her. Ja gut, hier ist ein Haufen Kohle, aber die baue ich jetzt nicht ab. Die kürze Landschaft, die habe ich jetzt nicht vor abzubauen. Kohle, die in der Landschaft hängt, baue ich nämlich nur am Anfang ab, wenn ich irgendwie eine Welt beginne. Ansonsten nicht mehr. Dann lasse ich die eigentlich meistens stehen, wenn nicht irgendwie die Zombie-Apokalypse kommt und ich runne out of Kohle. Na gut, rennen wir mal wieder zurück. Beziehungsweise finden wir noch irgendwie was Schönes, wenn wir uns hier auf die Bäume stellen. Sehen wir da doch irgendwie was Cooles. Von hier oben aus, da ist so ein Roofed Forest. Da können wir uns mal Duck Oak holen, aber das machen wir morgen, weil jetzt wird's Nacht. Jetzt gehen wir erstmal kurz schlafen und dann machen wir uns auf den Weg zum Duck Forest bejogen. Ja, Thema Gesprächsthema. Thema, Thema. Thema, Thematisierung, Thematisierata. Okay, ich rede blödes Zeug. Ich hatte ja am Montag, den 13. Juli, ich weiß ja nicht, wann du dieses Video hier schaust, deswegen sage ich jetzt hier genau das Datum, hatte ich ja eine Weisheitszahn-OP. Okay, und ja, wenn man so eine Weisheitszahn-OP hat, also da kommen immer die ganzen Leute mit ihren Horror-Stories. Oh Gott, bei mir war das so schlimm und bei mir war das das Allerschlimmste. Und bla bla bla, hm, das, also, das ging gar nicht und hier und da und der musste sich auf den Stuhl stellen, weil die so fest drinnen hingen und was weiß ich. Ja, hm, dachte ich mir, ja, naja, ähm, ja, ich wusste nicht, was ich so wirklich da von diesen Meinungen halten soll, ob das jetzt wirklich so stimmt oder ob da ein paar Leute ein bisschen übertreiben. Ich habe es einfach mal auf mich zukommen lassen, ja, musste ich ja, bei mir stand es wirklich fest, also die müssen hundertprozentig raus, da gibt es keinen, komm, das war so eindeutig, da habe sogar ich auf dem Röntgenbild erkannt, wo ich noch nie ein Röntgenbild von Zähnen gesehen habe, ähm, okay, ich weiß, was der Arzt mir gleich sagen wird und genau das hat er mir gleich gesagt, also, ich bin in den Raum rein, habe mein Röntgenbild gesehen und ich sehe, okay, gut, ich glaube, die weiße Zähne müssen raus. Ich habe einen Arzt rein und hat gesagt, ja, hm, hier, Röntgenbild, ja, also ich sehe eindeutig, die weiße Zähne müssen, also ich dachte mir schon, ja, gut, danke, weiß ich. Also, es war wirklich eindeutig und musste halt sein. Bin ich also dahin und, ähm, ja, im Grunde war es so, ähm, erst mal, erst mal natürlich, äh, wie betäubt man sowas, ist die Frage, also, es gibt, es gibt, es gibt viele Meinungen. Manche sagen, ja, definitiv immer Vollnarkose. Manche sagen, ach nee, Vollnarkose niemals, würde ich niemals tun. Ähm, manche sagen, ja, hm, lokal mit einer Spritze ist am besten und manche sagen, ja, hier, Dämmerschlaf, also, das sind so die drei Methoden, die es gibt. Dämmerschlaf, da dürst man so ein bisschen vor sich hin wie im Drogenrausch und, ja, und, ähm, ist zwar nicht wirklich da, ist aber nicht wirklich weg, aber man spürt auch keinen Schmerz. Dann gibt es eben die Lokalbetäubung, wo halt wirklich nur an dieser Stelle betäubt man, man ist noch voll da. Man spürt aber an der Stelle speziell nichts. Das ist dann dieses pelzige Zahnarztgefühl, was viele kennen. Ähm, ich persönlich habe mich dann doch für die Vollnarkose entschieden, beziehungsweise der Arzt hat es mir auch geraten. Und ich vertraue meinem Arzt auch voll und ganz, weil, ähm, die in der Praxis haben sich ja auch spezialisiert, auch so Weisheitszahn-OPs. Und von daher, ähm, habe ich dem vollen ganz vertraut und, ähm, der hat ja alles aufgezählt und so. Und letztendlich bin ich auch froh, dass ich das so gemacht habe. Also, es war wirklich eigentlich ganz schön. Weil, ähm, von, weil zum einen hat die, äh, dauert die OP, also der Arzt hat gesagt, so 90 Minuten im schlimmsten Fall. Und die 90 Minuten will man nicht wach da liegen und laute Zahnarztgeräusche hören, wenn da irgendwie jemand, keine Ahnung, irgendwas aufbohrt. Und die ganzen ätzenden Geräusche die lange Zeit und den Mund aufreißen und so, das ist total nervig. Und macht keinem Spaß. Außerdem, also, zum einen das. Außerdem, wenn man das, wenn man das, ähm, begründet mit, ja, hm, es liegt irgendwie, äh, es liegt irgendwie, äh, es liegt irgendwie eine Angst vor und Übelkeit und sowas, ähm, wenn man keine Vollnarkose macht, wenn man das der Krankenkasse vorliegt, vorlegt. Und das machen die Ärzte dann auch meistens, wenn man sie lieb drum fragt, also, zwinker, zwinker, ähm, wenn man das bei der Krankenkasse angibt, ja, so, hm, es liegt, ähm, hier ein Trauma vor und man kann das nicht ohne Vollnarkose operieren, dann kriegt man das, was das kostet, also, so eine Vollnarkose kostet so um die 350 Euro, dann kriegt man das von der Krankenkasse bezahlt und dann ist das überhaupt kein Problem. Und deswegen hab ich mir gesagt, ja, gut, Vollnarkose, ganz toll, ähm, schläft mal ein, wacht mal auf, fertig. Und im Prinzip, im Prinzip war's so, also, von der OP an sich hab ich nichts mitbekommen und deswegen kann ich auch gar nicht so Horror-Stories erzählen wie, ja, der musste auf den Stuhl steigen, weil die Zähne so fest drin gesteckt haben und da bin ich wahrscheinlich auch froh drüber, weil ein Zahn ist sogar zerbrochen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, Gott sei Dank, aber ein Zahn ist wirklich zerbrochen und, äh, ja, deswegen kann ich keine Horror-Stories erzählen und deswegen, also, ich fand's, ich fand's schöner so, muss ich sagen. Und ich bin halt, also, das ist krass, diese Vollnarkose, die reißt dich wirklich weg und du bist einfach weg. Äh, das, das, ich hatte noch nie so von der Vollnarkose und ich konnte mir das nicht vorstellen, das kann sich irgendwie keiner wahrscheinlich so richtig vorstellen. Aber, ich hab diese Atemmaske aufgezogen und dann hatte ich eben noch diese, ähm, ja, diese, ähm, diesen Zugang zur Vene in der Hand stecken und da haben die halt das Narkosemittel reingepumpt. Währenddessen hatte ich eben diese, diese Maske auf und dann hat sie gesagt, ja, ähm, ähm, einatmen schön und dann hab ich das gemacht und dann, ab dann weiß ich schon nichts mehr. Ja, dann ist schon völlig, also, da weiß ich gar nichts mehr von. Und dann bin ich eingeschlafen und bin ich aufgewacht und dann war's schon vorbei. Voll cool, oder? Also, es, die Vollnarkose war wirklich angenehm. Es war halt, am Anfang hat die halt den Zugang zur Vene gelegt, aber, ja, gut, das ist, das ist wie beim Blutabnehmen. Das muss man ja auch vorher machen, wenn man eine Vollnarkose will, da muss man ein Blutbild erstellen und sich eine Narkosetauglichkeitsbescheinigung einholen, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimmer wie eine Impfung, also, das ist, das ist alles chillig und dann macht man das halt und dann geht das klar. Also, wirklich, die Vollnarkose hab ich nicht bereut, das fand ich nach wie vor toll. Wenn man natürlich ein Risikopatient ist, irgendwie Herzprobleme hat, dann sollte man sich's vielleicht überlegen. Aber so wie ich, ähm, jung, gesund, ähm, ist das kein Problem und ich fand das auch wirklich toll. Die schlimme Zeit ist nur nach der OP, aber die hat man auch, wenn man keine Vollnarkose macht, also, die hat man auch, wenn man, wenn man, wenn man diesen Dämmerschlaf macht, mit, mit Dormicum, so heißt das Arzneimittel, was man dann kriegt, ähm, das hat man auch, wenn man, wenn man, wenn man lokal betäubt, also, das hat man immer. Und, ähm, ja, die ersten zwei Tage sind, fand ich ganz schlimm, also, man kann nur Breizeug essen und, aber wirklich viel Lust zum Essen hat man wirklich auch nicht, weil, selbst das Breizeug ist nicht sehr angenehm zum Essen, also, zumindest mir ging's so, also, jeder Fall ist ja individuell und, ähm, da ist ja bei jedem anders, aber zumindest mir ging's so, also, ich hatte keine Lust zum Essen und dieses ganze Breizeug und andauernd kühlen, das kühlen war so ätzend, ja, immer kühlen und dann wurden die Kühlkissen wieder warm, dann muss ich neue Kalte aus dem Tiefkühlfach holen, die anderen wieder reintun und, oh Gott, das war, das war ätzend. Ähm, am dritten Tag wurde's dann langsam, also, ich musste immer noch kühlen und sowas mit Essen, ging immer noch nicht so gut, aber es geht langsam, aber am Anfang denke ich mal, es wird, es wird nie besser und, und, oh Gott, es wird nie werden. Ähm, also, die ersten Tage sind echt unangenehm. Aber irgendwann, irgendwann ändert sich das dann, so am dritten, vierten Tag und dann kann man wieder anfangen, kleine Häppchen fest zu essen, das heißt, da hab ich dann angefangen, ein Mini-Stück, Stück Kuchen, ähm, Mini-Häppchen zu essen, da hab ich dann, äh, lang für gebraucht, um das dann letztendlich fertig zu essen, aber, ähm, das konnte man dann schon essen und es geht immer besser und besser und gestern, also, das war dann der 18.7., das ist dann, 13.7. war die OP und der 18.7., das war gestern, der Samstag, da konnte ich dann, da hab ich dann schon wieder ein warmes, festes Mittagsmenü gegessen, also, das ging dann wieder, ich hatte dann so ein bisschen Fisch, weil Fleisch ist dann noch ein bisschen zu fest und zäh, deswegen hab ich's noch nicht gleich mit Fleisch probiert, aber, ähm, mit Fisch schon. Ich hab dann, ähm, ein Stückchen Fisch gegessen mit, mit Reis und, und das ging dann und heute ist wieder so gut, dass ich aufnehmen kann, also, ich hatte dann ja auch so ein bisschen tiefer Starre, ich konnte den Mund nicht sehr weit aufmachen, ähm, ja, kommt dann natürlich auch noch von der OP und so, aber an sich, der Anfang war schlimm und jetzt, jetzt geht's eigentlich. Ich war, ich war dann halt die ganze Woche jetzt krankgeschrieben, hatte aber auch seine Berechtigung, also, damit kannst du wirklich nicht so gut in die Schule gehen, das ist nicht sehr toll. Ähm, ich lauf jetzt eigentlich nur noch rum und warte, dass die jetzt Hefflings runterkommen. Aber ich hab etwas zum Reden die ganze Zeit. Ähm, ja, aber es ist, es geht, also, ich hab dann nicht so die Horror-Stories und ich bin froh, dass alle vier raus sind. Es gibt ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, alle vier, oh Gott, das ist ja brutal, ähm, lieber erst die ersten zwei auf der einen Seite und dann die zweiten zwei auf der anderen Seite, aber ganz ehrlich, ich hab keinen Bock, das Ganze nochmal zu machen. Nochmal in den OP-Saal, nochmal die OP, nochmal den ersten Tag danach erleben, nochmal den zweiten Tag danach erleben. Gut, auch, auch wenn es nur zwei sind statt vier, also, ich bin froh, dass jetzt alle raus sind, muss ich nie mehr in meinem Leben machen, die wachsen nie mehr nach, bin ich total froh drüber. Bin ich total froh drüber, sag ich ganz ehrlich, also, ich hab da keinen Bock, irgendwie da nochmal noch was zu machen und so. Also, ich bin froh, dass es vorbei ist und, ähm, 25 Saplings ist doch gar nicht ganz, ganz in Ordnung. Und deswegen war ich froh, der Zahnarzt hat auch gleich empfohlen, ja, er findet es auch besser, also, wenn alle gleichzeitig rauskommen, weil danach hat man wirklich keinen Bock, noch eine OP zu machen, also, das, ich weiß auch nicht, ob das so toll ist, weil so eine Vollnarkose, so toll sie auch sein mag, ist natürlich schon eine Belastung für den Körper, also, mir war danach nicht schlecht oder so, ich halte die ganz gut aus eigentlich, es gibt ja viele, denen danach schlecht ist, aber es liegt wahrscheinlich bei uns irgendwie so in der Familie, dass wir das ganz gut wegstecken. Meine Mutter hat auch öfter mal Vollnarkosen gehabt und der wurde danach auch nie schlecht, der ging danach auch wieder recht schnell recht gut. Äh, manche halten es besser aus, manche nicht so gut, das ist unterschiedlich. Aber, trotzdem ist es natürlich immer eine Belastung für den Körper, die man nicht unterschätzen sollte und ich war echt froh, dass alle vier gleichzeitig draußen waren und jetzt ist es vorbei. Ja, also ich war eigentlich rundum zufrieden, also, das war halt eine Zeit, die war nicht schön und, aber jetzt ist das gegessen und, ähm, ja, ich finde das toll, also, wir haben die ganze Zeit Bäume gefettet. Aber, wir haben uns hier neue, ähm, neue Baum-Sorte und davon sogar schon drei Stacks mit Äpfeln und mit 25 Saplings. Ähm, die könnte ich mal hier anbauen, beziehungsweise, ich könnte erst schlafen gehen und dann könnte ich mal irgendwie was machen. Ich überlege mir gerade was, ähm, ob wir was Bestimmtes tun sollten und ich denke auch, wir sollten das tun. Und auf welcher Höhe sind wir hier? 71, was, so hoch? Ja, okay, das ist das hügelige, ne? Äh, 71. Ich überlege, ob wir hier einen Tunnel ziehen sollten, dass wir hier nicht ständig rüberklettern müssen. Wo ist 71? Oh, das ist doch super. Da können wir doch eigentlich ganz gut einen Tunnel machen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe ein recht positives Fazit von der OP. Ich bin froh, dass ich die Vollnarkose gemacht habe und, ähm, ich finde es gut, dass, wie der Arzt es empfohlen hat und so und das hat alles toll funktioniert. Wie gesagt, ich war ja auch in der Praxis, die sich auf so Weißherz-Zahn-OPs auch spezialisiert hat. Ähm, Und es ging dann recht gut. Ich war jetzt halt die Woche nicht in der Schule, aber es ist ja sowieso Schuljahresende. Es macht keiner was mehr. Aber ich bin mir froh, dass ich, dass ich, also begehrte Termine für so eine OP sind ja oftmals Ferien. Und ich verstehe das nicht. Ich bin so froh, dass ich mir keine Sommerferienwoche voll kühlen und, ähm, ja, flüssig Nahrung essen verbracht habe. Da bin ich echt froh drüber. Ich habe da keinen Bock mehr in der Sommerferienwoche für so einen Scheiß zu nehmen. Also, Näh, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin froh, dass ich jetzt so ein, äh, Schuljahresendtermin hatte, den frühesten, in dem es ging. Und nach den Sommerferien hätte ich da auch keinen Bock mehr drauf gehabt, weil nach den Sommerferien, das wird sich dann noch so hinziehen und, was weiß ich, ich bin froh, jetzt ist es vorbei. Ähm, generell, generell bei OPs ist es ja so, wenn eine OP ansteht und man weiß, es gibt keinen Ausweg, muss gemacht werden, dann frühestmöglich einen Termin und fertig, abgefahren ist der Zug. Also, da bin ich der Meinung, so schnell wie möglich und dann ist es fertig und dann ist es auch gut. Und, ähm, so werde ich das in meinem ganzen Leben auch machen, wenn irgendwie eine OP mal ansteht, okay, wann ist der nächste Termin, okay, morgen. Ja gut, so schnell geht es meistens nicht, aber, wann ist der nächste Termin, alles klar, nehme ich sofort. Ähm, und dann, und dann ist es an dem Termin, aber ansonsten habe ich da keinen Bock drauf. Naja, und ansonsten, äh, durch diese ganze, durch dieses ganze, nee, ich habe keinen Bock zu essen, also, ich hatte auch wirklich tagelang keinen Bock zu essen, da habe ich nur so, ich hatte dann so Hip-Gläschen, das ist ja, das ist ja ganz lustig, aber die Hip-Gläschen sind echt toll, so Williams Christ, Birne, Frucht und so, äh, das war, das war wieder ganz, ganz in Ordnung, also so ab dem vierten Monat, bin ich ja schon, also ich bin ja schon mehr als vier Monate alt, kann man das essen. Ah, das ist ein schöner Durchgang, ja, gefällt mir. Und dann hatte ich diese Hip-Gläschen, haben sich gelohnt und dadurch, dass ich so wenig gegessen habe, ich habe, glaube ich, um die dreieinhalb bis vier Kilo abgenommen, also hätte ich gar nicht gedacht, dass man so viel in so einer Woche abnehmen kann, also, nur durch wenig Essen, durch Fasten praktisch, also, wirklich gefasst hat habe ich ja nicht, aber, ähm, ich will nicht essen, ich habe dreieinhalb bis vier Kilo abgenommen. Das ist, also, okay, ich dachte mir, ich dachte mir, so ein Kilo, ja, wird es schon sein, wahrscheinlich, aber, aber so viel, ich bin auf die Waage gestiegen, dachte mir, nee, ich traue meinen Augen nicht. Und, naja, gut, davon jetzt aber genug, ich habe über Weißerzähne geredet, mal wieder ein Gesprächsthema der ganzen Folge ausgeführt, die Folge ist sehr lang geworden, wir haben einiges geschafft, wir haben hier die Dark Oaks Saplings, ähm, geholt und haben hier einen Durchgang geschlagen, dass wir nicht über, über diesen Berg laufen müssen. Ähm, den müssen wir in der nächsten Folge oder, oder wann auch immer, dann ein bisschen auskleiden auch, warum gehe ich hier eigentlich nie durch die Falltür, so umständlich, ne? Müssen wir dann auch auskleiden, aber das war es jetzt einfach für diese Folge, diese Folge ist schon 16 Minuten lang, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge, und Tschüss!